So, wir haben hier den Dienstag, den 18. Januar 2022. Und den ganzen Tag ist es hier schon so bewölkt. Also jetzt ist es halt ein bisschen heller als heute Mittag, aber es dünnt sich halt aus, weil die Stoffe natürlich zum Boden fallen. Aber ich würde hier gerne nochmal so wirklich den Himmel nochmal offen haben und ein bisschen mehr als jetzt. Und deswegen werde ich mal das hinzugeben, was fehlt. Und das ist Wärme. So, wie mache ich das? Ich habe hier den Camperster ausgerichtet, genau in die Richtung. Ich werde hier auch nichts umstellen, sondern stattdessen werde ich das Ganze abisolieren, so wie wir das hier jetzt vor uns sehen, mit einer metallisch beschichteten Folie, dass die Wärme wirklich gespeichert ist und nur in Richtung Ausrichtung, in Richtung Rohrausgang austreten kann. Und dann wird da noch eine Wärmflasche rein platziert, genau in die Mitte. Dann machen wir das hier wieder alles schön zu. Wunderbar. Und da drin läuft dann noch eine Müllbührspule. Und dann schauen wir mal, was das Ganze bewirken wird. Ich bin sehr zuversichtlich, denn Wärme bedeutet eben Teilchenbewegung. Und das ist genau das, was uns hier jetzt gerade fehlt im Winter generell, ist einfach die Bewegung. Die Energie ist sehr niedrig durch die Abwesenheit der Sonne, durch den niedrigen Sonnenstand. Und alles schläft ein bisschen ein. Das kennt man ja aus dem Winter. Und deswegen bringen wir jetzt ein bisschen Energie in die Reihen in Form von Bewegung und starten ein schönes Zeitraffer. So, nach ungefähr 20 Minuten, ich wollte jetzt die Zeitrafferaufnahme nicht stoppen, aber nach 20 Minuten kann man einen deutlichen Unterschied erkennen. Also es ist jetzt richtig schön frei so zum Abend hin, aber auch nicht überall, denn da sieht man nach wie vor die Kante und auch nicht nur da, sondern auch in die Richtung. Ja, also wirklich durchgehend einmal außenrum die Kante. Richtig schönes Feld aufgebaut. Temperatur haben wir reingebracht durch die Wärmflasche und die Isolierung. Ich glaube, ich hält das Ganze länger. So eine Wärmflasche hält jetzt ungefähr, also mit nicht ganz kochendem Wasser, sondern so ein, ja, sagen wir mal, wenn kochendes Wasser 100 Grad sind, dann ist das Wasser, was da jetzt drin war, so 80 Grad, weil sonst geht die Wärmflasche kaputt. Wenn man es ohne Isolierung macht, ohne Wärmeisolierung, dann hält die Wärmflasche ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann ist das Wasser kalt bei den Temperaturen. Es sind um die 0 Grad jetzt gerade, also plus 2, minus 2, plus 2 Grad sowas, also um 0 herum. Und da kommt auch schon wieder einer, der das Loch hier füllen möchte. Ganz große Klasse, ganz, ganz toll. Egal. Und wenn man das mit Isolierung macht, also mit dieser Wärmeisolierung, wir haben die silberne Folie nach innen. Gucken, ob ich hier auch scharf stellen kann. So, ihr seht, wir haben die silberne Folie nach innen gerichtet und das goldene nach außen, damit die Wärme eben sich drin speichert und nur in diese Richtung rausgeht. Das ist jetzt ein Sechsrohr in dem Fall. Der ist auch noch nicht ganz fertig, dieser Cam Buster. Der ist so zu, kann man nicht erkennen, der ist so zu 50 Prozent fertig. Also der hat jetzt ein Gewicht von ungefähr 20 Kilo, 23 Kilo sowas. Und unten ist der auch abisoliert, das heißt einmal außenrum die Folie. Ist auch ganz praktisch, weil dann regnet es auch nicht rein. Bei einem noch nicht fertigen Cam Buster ist das sonst ein bisschen doof. Mit Folie hält die Wärmflasche um und bei zwei Stunden, kann man sagen. Und damit lässt sich schon arbeiten, weil man gibt ja quasi künstlich Wärme hinzu. Dadurch, dass die Wärme im Ausnehmen fehlt, geben wir Wärme hinzu durch Wasserkocher oder was auch immer. Und da will man natürlich auch nicht ständig hin und her laufen. Und das ist schon ein echt interessanter Effekt, denn bei diesen Temperaturen, da sieht man eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht viel Sonne, wenn das Geo Engineering oben dicht macht. Es sei denn, man nimmt Essig hinzu. Aber Essig kann halt auch schnell ins Geld gehen und ist schon fast ein bisschen aufdringlich. Und deswegen war mein Anspruch, ob ich das hinbekomme, mit den Scalar Cam Bustern die Energie so hochzuschrauben und das Setup, das ganze System so einzustellen, dass hier wirklich auf natürliche Art und Weise der Himmel entstört werden kann, ohne ständig diesen Essig hochpumpen zu müssen. Und ja, durch ein bisschen Physik, ein bisschen drüber nachdenken, womit man es zu tun hat und die Architektur des Universums ein bisschen zu verstehen, wie Thermik funktioniert, was Temperatur eigentlich ist und so weiter, kommt man dann auf so einfache Lösungen. Ich meine, die Wärmflasche, wenn die zwei Stunden hält, jetzt machst du irgendwie drei, vier Mal am Tag, immer schön mit Wärmeisolierung außenrum und fertig sind wir damit, sag ich mal. Da hast du dann auf jeden Fall einen energetischen Boost von, naja, ihr seht das ja, das ist jetzt auch nicht immer so. Es gibt noch eine andere Aufnahme, da habe ich das auch mal gemacht und da konnte man auch sehr gut sehen, dass das was gebracht hat. Da war das Loch hier nicht ganz so auffällig. Die Temperaturen sind jetzt auch ein bisschen höher, als sie zu dem Zeitpunkt waren. Die Aufnahme werde ich hier gleich im Anschluss noch einblenden. So, wir haben hier wieder unser klassisches Loch reingestanzt in den Himmel, Bewegung reingebracht, das Ganze, wie es immer so schön gesagt wird, harmonisiert. Die Thermik kommt ein bisschen von da und zieht in die Richtung, das heißt, dort wirkt die Energie und bricht das Ganze in die Richtung natürlich auf. Und damit man auch den Vergleich hat zu außenrum, so sieht es außenrum aus, statisch, strukturlos, auch in die andere Richtung, einfach nur kalt. Wir haben ja gerade Polarluft, es ist ja ziemlich kalt überall und man darf verstehen, dass Temperatur ist Bewegung, also Teilchenbewegung. Je mehr sich die Teilchen bewegen, umso höher ist die Temperatur. Das bedeutet, wir haben sehr wenig Bewegung gerade in der Atmosphäre. Und dadurch wirken Camperstar auch schwächer, also bei Kälte wirken Camperstar schwächer, als bei Wärme, deswegen ist es im Sommer stärker. Wir brauchen diese Bewegung. Und die haben wir jetzt wieder reingebracht. Der einzige Unterschied, ich habe nichts umgestellt, der einzige Unterschied, was wir gemacht haben, ist, wir haben unseren Sechsrohrer hier mit 42 Millimeter Rohr ungefähr, der ist jetzt noch nicht ganz fertig, der Camperstar, der wiegt jetzt so 17 Kilo, haben wir eine Wärmflasche reingelegt und das Ganze isoliert und innerhalb von einer halben Stunde hat sich das da ergeben. Von da hinten, also es sah nie so aus, es sah immer so aus, der kam nicht ganz durch, der war immer so, ja, es hat gewirkt, aber nicht so richtig, es hat was gefehlt. Also so war es sowieso nicht, aber so. Trotzdem war ich noch nicht ganz zufrieden, ich dachte mir, da geht bestimmt noch ein bisschen was und dann dachte ich mir, boah, ein bisschen Physik und da haben wir unseren Effekt. Ja, heller, die Leute freuen sich, die Menschen freuen sich und es wird wärmer. Richtig schön, diese künstliche Wolkendecker aufgebrochen, denn die haben sie davor geschoben, damit die Polarluft auch richtig wirken kann, weil die Sonne wärmt das Ganze sonst so auf, dass es trotzdem ein schöner Tag ist, das kennt ja jeder wahrscheinlich noch, dass es auch kalt sein kann und trotzdem in der Sonne, also es kann schneien, es kann Schnee liegen, es kann kalt sein und trotzdem ist es in der Sonne angenehm. Man kann teilweise sogar im T-Shirt rumlaufen, wenn die Sonne scheint. Aber wenn du natürlich einen Deckel vormachst, wie das vom Geoengineering immer gemacht wird, dann wird es richtig kalt und statisch und eklig. Ja, also da ist auf jeden Fall, es ist natürlicher. So sieht es aus, liebe Freunde. Immer schön am Beibleiben und rumexperimentieren. Dadurch ist das Loch ein bisschen kleiner gewesen, aber der Effekt ist der gleiche gewesen. Also einen richtig schönen Boost hat es gegeben und da bis zum Horizont steht die Suppe, richtig dunkel. Genau, so sieht es aus. Immer schön dranbleiben, die Lösungen sind alle da und sie sind meistens einfacher als man glaubt. So, ungefähr eine Stunde, 15 Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Später. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und das sieht immer noch sehr gut aus. Wir haben immer noch unsere Abtrennung, unsere Kante zum Rest der Welt, in Anführungszeichen. Die Leute freuen sich, also in die Richtung ist München. Das heißt, da sind nicht wenig Menschen, die nochmal einen relativ blauen Himmel hatten. Jedenfalls besser als diese komische Suppe da hinten, auf dem Nachhauseweg von der Arbeit nochmal gute Laune bekommen. Und genau, jetzt zieht es hier so ein ganz bisschen wieder zu, aber man kann immer noch sehen, dass der Ring sich, wie gesagt, ausbildet, auch in die andere Richtung. Und jetzt müsste man halt langsam anfangen, weil die Temperatur wird natürlich auch niedriger. Das heißt, da entgegenzuwirken mit einer neuen Wärmflasche. Ich habe ja gesagt, so zwei Stunden hält die Temperatur an, dann flacht es halt ab und jetzt könnte man halt wieder anfangen und vielleicht auch zwei Wärmflaschen nehmen und dann einfach so einen fliegenden Wechsel machen. Das ist ja auch nicht viel. Also so ein Liter oder so, ein Liter Wasser, anderthalb Liter sowas und dann passt das Ganze. Genau. Und die Basis von dem Ganzen ist natürlich in allererster Linie erstmal ein vernünftiger Orgonit, also ein vernünftiger Cam Buster, der stark gebaut ist. Darauf dann eben, jetzt in meinem Fall, kommen halt diese 2,5 Meter Rohre. Also das sind die Kollegen hier. Das sind jetzt drei Rohre, die sind verlängert. Die GoPro filmt noch. Und dann noch die Möbius Spule, die ich in meinem Fall mit einem Zapper Betrieb betreibe, wo Frequenzen durchlaufen. Harmonische Frequenzen ist auch sehr wichtig, dass man nicht irgendwelche Frequenzen nutzt. Dazu kommt demnächst auch noch ein Kurs raus, an dem wir gerade am Produzieren sind, dass man da auch die Dinge richtig macht. Und darauf dann eben noch die Isolierung. Das ist das Ganze hier. Und dann eben noch die Wärmflasche. Und dann kann man das Ganze auch noch drehen lassen, dann kann man noch Essig dazuschalten, dann kann man noch und, 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 und. Aber ich will nur zeigen, dass man eben nicht aufgeben braucht, dass man auch bei kalten Temperaturen hier wunderbare Ergebnisse erzielen kann, sogar neben einer Großstadt. Also auf dem Land, würde ich behaupten, ist das Ganze wesentlich einfacher. Das ist klar, weil die Strahlenbelastung geringer ist, aber die Königsdisziplin ist hier wirklich bei, in einer Großstadt, den Effekt, so wie wir ihn jetzt hier gezaubert haben, hinzubekommen. Und dafür danken wir unserer lieben Sonne, unserer lieben Erde und noch unseren geistigen Helfern. Adieu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017